Was können Sie sich unter Edelweiss TV vorstellen? Ja, das können viele Sachen sein. Nicht viel eigentlich. Ein neues Programm vielleicht. Ich weiß es nicht, was es ist, gell? Edelweiss TV. TV. Deutscher Verein. Bergdeutscher Verein. Bergverein. Was stellen Sie sich unter Edelweiss TV vor? Edelweiss TV. Sicher etwas von der SVP? Krieg ich jetzt in Handlohn? www.edelweiss.tv In Zeiten von YouTube begleitet auch die Südtiroler Volkspartei den Landtagswahlkampf im Internet. Wir zeigen unsere Kandidatinnen und Kandidaten, wie sie sind. Einfach näher dran. Klicken Sie rein. Wir werden schauen, dass wir heute wieder etwas Gescheites zusammenkriegen. Gute Arbeit. Danke vielmals. Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.